Musik Musik Applaus And she told me that she wrote the character of Bettina listening to this song. So she told me, please join me, be Bettina. And so I said yes, because this movie is something so important for me and I think also for you. It's a great representation of friendship, sisterhood, freedom, hope and choice. And it's a great way to understand what kind of power could have music and art in our life. And so, I'm sorry. Applaus Applaus And check out the music of Veronica. Grazie mille. Applaus 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 Gaston Applaus Der sol Applaus 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 Dann haben wir noch so einen Armburg-Schauspieler, den noch wenig bekannt, aber vielleicht haben Sie schon mal von ihm gehört. Wotan Wilke Möhring. Vielen Dank. Ich kenne die Dialoge aus, wenn ich im Nachhinein da bin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. 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 Ich glaube, dass das Thema einfach wichtig ist, weil man kann den Opfern und die gibt es natürlich nicht nur in der katholischen Kirche, sondern die gibt es überall. Überall da, wo Menschen in einer gewissen Form Macht auf Kinder ausüben können und diese Macht ausnutzen. Aber das, was wir mit dem Film machen können, ist sie sichtbar machen. Und ich glaube, das hilft ein Stück, wenn all diese Opfer sichtbar werden. Auch in der Tatsache, dass vielleicht das Umfeld ein bisschen aufmerksamer wird darauf, dass es eben diese Opfer gibt. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir diesen Film gemacht haben. So. Jetzt hat es jetzt hier, wie auch noch alle in Richtung der Videobeschreibung bekommen. So. So. Scheiße. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020